Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 244. Mal bei Hoax Hiller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau, die Hoaxmistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich auf diese Folge ganz besonders und bin auch sehr glücklich, dass bei mir wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster ist. Wir haben es tatsächlich geschafft, die zweite Folge am 31. Dezember rauszubringen. Das scheint langsam so ein bisschen Rhythmus zu sein, dass die letzte Folge im Monat immer auch am letzten Tag des Monats rauskommt. Ist so. Muss aber nicht unbedingt so bleiben. Muss nicht so bleiben, aber hat sich so ein bisschen herauskristallisiert in diesem Jahr. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch schon mal. Oder wenn ihr sie im neuen Jahr hört, hoffen wir, dass das neue Jahr für euch gut angefangen hat. Eigentlich werden wir gleich in der Sendung zunächst mal über etwas sehr amerikanisches reden, aber wir haben eine Zuschrift bekommen, die sagte, könnt ihr nicht mal mehr deutsche Geschichten und Sagen machen. Und hier haben wir den ganz interessanten Fall, dass etwas, was in Amerika sehr, sehr bekannt geworden ist, eigentlich eine ganz urdeutsche Geschichte ist. Auch. Auch. Europäisch, wobei Washington Irving eher die Inspiration tatsächlich aus Deutschland bekommen hat. Oh, jetzt hast du schon, du hast gespoilert, aber das sagt ja sowieso schon der Titel. Um Himmel zu wenden. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach erstmal wie gewohnt weitermachen in der Sendung und dann können wir all das, was ihr gerade schon vorgeplänkelt haben, nochmal vernünftig für euch aufrollen. Die Story der Woche. In der heutigen Story kehren wir nochmal ganz kurz zum Weihnachtsfest zurück. Was jetzt, wo wir aufnehmen, schon ein paar Tage zurückliegt. Wir hoffen, dass ihr die Feiertage schön verbracht habt, wie auch immer ihr sie begehen wollt. Dort, wo der Weihnachtsmann unterwegs ist mit seinem Schlitten und den Rentieren, gibt es vielleicht für den einen oder anderen doch eine kleine Neuigkeit, über die er oder sie noch nicht so nachgedacht hat. Und zwar über die Rentiere selber. Die werden ja, ich zähle jetzt nicht alle Namen auf, fallen mir jetzt sowieso nicht ein, müsste ich nachlesen. Die werden ja immer mit Geweih dargestellt. Das ist uns allen ganz klar vor Augen. Und Rudolf, the red-nosed reindeer, hat seine rote Nase, die den Weg leuchtet. Auch diese Geschichte kennen wir alle. Die Geschichte ist jetzt aber nicht, dass du uns fragen willst, ob es Rentiere mit roten Nasen gibt, oder? Na, warten wir es mal ab. Auch da wäre ich skeptisch unter Umständen bei Rentieren mit roten Nasen. In der Story geht es aber um etwas leicht anderes, nämlich um die Tatsache, wenn ich euch nicht veräppele jetzt an dieser Stelle, dass Rudolf eigentlich eine Rudolfine wäre. Und alle Rentiere, die den Schlitten vom Weihnachtsmann ziehen, eigentlich weiblich sind. Also, hier die Rentiere werden mit Geweih dargestellt. Und genau das ist der Beleg dafür, dass sie eigentlich weiblich sind und Rudolf eine Rudolfine ist. So, da könnt ihr jetzt mal drauf rumkauen. Crazy. Ja. Klären wir dann nachher auf. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was es da für eine Auflösung gibt nachher. Thema der Woche Ja, die Folge trägt den Titel der Kopflose Reiter und ich behaupte das jetzt mal, wahrscheinlich ist das gar nicht so, Aber bei den allermeisten ist diese Geschichte eines Kopflosen Reiters spätestens bekannt seit 1999, der Kinofilm Sleepy Hollow von Tim Burton in den Kinos lief. Der übrigens dann dieses Jahr Jubiläum hat, ne? Der ist auch 20 Jahre alt geworden, ja. Jetzt gerade noch so eben, so ein paar Stunden lang. Genau. Wo wir aufnehmen. Und der ist ja auch so ein Klassiker, der inzwischen, glaube ich, Halloween insbesondere in den Vereinigten Staaten ständig läuft. Und dieses Bild dieses Kopflosen Reiters hat sich doch sehr auch in unser prokulturelles Gedächtnis eingebrannt. Und man verbindet das eben genau mit diesem Film, mit, ach, wie heißt der Schauspieler denn? Johnny Depp? Nee, Christopher Walken, meinte ich jetzt. Achso, achso, der Hesse. Der Hesse als kopfloser Reiter, wirklich sehr, sehr abgefahren auch dargestellt. Und das Verblüffende daran ist, dass dieser Film eine, sagen wir mal, freie Adaption einer Geschichte von Washington Irving ist. Den hatten wir übrigens ja auch schon in der Vergangenheit in der Sendung mit dem Ralf Gabuschnik, wo wir über die flache Erde geredet haben. Auch da war Washington Irving ja einer der Einflussfaktoren mit Christopher Columbus, dieser fiktiven Biografie von Christopher Columbus. Also eben ein sehr, sehr einflussreicher amerikanischer Schriftsteller, der ja eine Geschichte geschrieben hat, die Sleepy Hollow heißt. Die jetzt aber im Grunde genommen nicht ganz so viel mit dem Film von Johnny Depp zu tun hat. Wenn diese Geschichte interessiert, kann sich die deutsche Übersetzung übrigens in drei Teilen in deinem Podcast anhören, Alexa. Genau, aber ich weiß jetzt nicht genau, welche Folgennummern das sind, aber das können wir euch dann auf jeden Fall unter der Folge verlinken. Und ja, in drei Teilen könnt ihr da die gesamte Originalgeschichte, natürlich übersetzt, von Washington Irving hören, die 1820 erschienen ist. Und da könnt ihr dann mal selber vergleichen, wie viel die nun mit dem Film zu tun hat. Wobei wir natürlich hier auch gleich so eine kleine Gegenüberstellung machen werden zwischen den beiden Geschichten. Also Folge 32 bis 34 der Black Sweet Stories sind Sleepy Hollow. Kann ich dir mal gerade einfügen. Ja, also die Geschichte für alle diejenigen, die jetzt Sleepy Hollow im Grunde genommen nicht kennen, die erzählt wird, bleiben wir zunächst mal erstmal im Film, ist die Geschichte eines jungen New Yorker Pathologen vielleicht, bevor es diesen Beruf wirklich gegeben hat. Polizisten, der sich... Polizist, fast ein bisschen wie Profiler wäre jetzt zu viel gesagt, aber er hat sowas Sherlock Holmes-artiges auf jeden Fall. Genau, also so ein, eigentlich ist er glaube ich Constable, ne? Also ein normaler Polizist, der aber so die Anlehnung hat, die moderne Forensik an der Grenze zum neuen Jahrtausend, also wir reden über das Jahr 1799, ja, zu etablieren. Das ist sein Ansatz und der wird also nach Sleepy Hollow geschickt in so ein kleines Kaff. Eigentlich ist Ichabod Crane, gespielt von Johnny Depp, ein Charakter, der fast Skeptiker zu nennen ist. Also ein wissenschaftlich kritischer Mensch, der auch am Anfang des Films mit dem bestehenden Rechtssystem, was irgendwie es auch mit den Regeln nicht so genau nimmt, aneinander rasselt. Also die Gerichtsbarkeit, wie sie in New York sozusagen betrieben wird, stinkt ihm ganz gewaltig und ja, fast ein bisschen zur Strafe wird er dann zu einem Fall geschickt, der den New Yorkern sowieso schon irgendwie ein bisschen seltsam vorkommt. Genau, in einem Kaff, etwas außerhalb von New York, das Sleepy Hollow heißt, im Wesentlichen von holländischen Einwanderern bewohnt wird und da gibt es also mehrere Morde, wo Menschen geköpft worden sind und die Köpfe sind verschwunden. Das ist die Geschichte, wie sie sich darstellt und im weiteren Verlauf der Geschichte ist es dann eben so, dass es einen kopflosen Reiter gibt, ein Hesse, wie es beschrieben wird, der im Unabhängigkeitskrieg von einer Kanonenkugel den Kopf abgerissen bekommt und deswegen jetzt verflucht ist. Ja, nicht ganz, also er hat es sich zur Regel gemacht, seine Opfer auf dem Schlachtfeld zu köpfen. Das ist sozusagen sein Markenzeichen, ein anderes Markenzeichen sind die spitzgefeilten Zähne. Also Christopher Walken als der Hesse, der Grausame, sieht ziemlich spooky aus, muss ich sagen. Und irgendwann ereilt ihn dann aber das Schicksal, er wird selber getötet und dann dummerweise an einem Ort begraben, der sowieso mit negativen Energien aufgeladen ist, an einem verfluchten Ort. Stimmt und im Film wird er von Soldaten nämlich geköpft. Stimmt, das ist ja, genau, also im Film wird er dann von anderen Soldaten übermannt. Habe ich Quatsch erzählt, aber im Film wird er geköpft. Die Geschichte selber kann man sich jetzt, glaube ich, dann in dem Film weiter angucken. Das ist aber insgesamt eben die Geschichte, dass er ja die Köpfe stiehlt und er wird im Grunde genommen durch eine Person kontrolliert, die seinen Schädel hat. Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie Rache nimmt und deswegen umherspukt, sondern er ist ja immer eigentlich eher so Mittel zum Zweck. Also es gibt jemanden, ich will jetzt nicht ganz spoilern, wie das alles abläuft, der ihn kontrolliert, mithilfe des Schädels kontrolliert. Und ja, dann führt er sozusagen Aufträge aus und mordet dann im Namen dieser Person mehr oder weniger. Wird dann aber natürlich von Ichabod Crane am Ende zur Strecke gebracht. Das Ganze ist wirklich so ein bisschen wie ein Kriminalfall aufgebaut. Und interessant ist auch noch, dass Ichabod Crane vom Skeptiker zum Gläubigen wird. Also er muss dann auch irgendwann anerkennen, dass er es hier mit übernatürlichen Mächten zu tun hat, mit Hexerei und Spukgestalten, die auf sehr, sehr reale Art und Weise morden. Und das ist sozusagen so eine Lebenswende für ihn. Also hinterher ist nichts mehr, wie es vorher gewesen ist. Und der Ichabod Crane, der dann irgendwann Sleepy Hollow auch mit seiner großen Liebe zusammen verlässt, ist nicht mehr der Constable, der damals diesen Fall übernommen hat. Insofern ist dann noch dieser typische Tim Burton Style, den ich persönlich sowieso ziemlich cool finde, der wirklich in diesem Film sehr, sehr schön zur Geltung kommt. Also eigentlich ein toller Film, um ihn so um Halloween rum oder im Winter sich anzugucken. Ja, Guckempfehlung, wer ihn noch nicht gesehen hat nach diesen 20 Jahren oder was. Jetzt haben wir schon gesagt, der Film basiert auf einer Geschichte von Washington Irving, die im Grunde genommen aber anders ist. Es gibt die gleichen Personen wie im Film. Die von Garretts und von Tassels. Von Tassels und es gibt Ichabod Crane, der aber Lehrer ist in Sleepy Hollow, gar keinen Polizist, sondern da schon immer gewohnt hat. Und es geht letztendlich ein bisschen darum, um das Erbe einer Witwe oder der Tochter von einem reichen Gutsherren, um das sich Ichabod Crane mit einem Brom streitet. Brom Bones. Und in dieser Geschichte taucht dann irgendwann auch ein kopfloser Reiter auf. Wie gesagt, man kann es bei den Blackstreet Stories hören. In der Geschichte selber von Washington Irving wird aber gar nicht klar, ob es sich hier um einen Streich handelt im weitesten Sinne, der gespielt wird, ein Einschüchterungsversuch, um Ichabod Crane aus Sleepy Hollow zu vertreiben oder ob es tatsächlich ein kopfloser Reiter gewesen ist, der ihm begegnet ist. Und hier bei Washington Irving ist es auch ein Hesse tatsächlich, aber hier schon die erste Variation, ein Hesse, dem tatsächlich durch eine Kanonenkugel im Bürgerkrieg der Kopf abgerissen wird. Also vielleicht doch noch, um ein bisschen, zumindest ein ganz bisschen mehr ins Detail zu gehen, bei Washington Irving ist es so, es ist schon eine Spukgeschichte, die erzählt wird, gehört auch zu den ersten Exemplaren der Horror-Literatur amerikanischer Herkunft sozusagen. Das Ganze wird aber trotzdem so ein bisschen in der Realität verankert. Am Anfang heißt es, es handelt sich hier bei dieser Geschichte um Aufzeichnungen, die gefunden wurden, also dem Ganzen wird so ein bisschen Realitätsanstrich verpasst. Die Gegend, in der das spielt, ist auch der Realität entnommen und auch manche geografischen Punkte, die da erwähnt werden, gibt es in der Realität. Also ist aber trotzdem eine Geschichte, die sich eben in einer Spukgestalt beschäftigt. Und das wird also auch so ein bisschen vorbereitet. Es wird gesagt, diese Gegend sei eine Gegend der Geister und der unheimlichen Phänomene. Dann werden in der Geschichte eben diese Sagen und Geistergeschichten erzählt, auch die vom kopflosen Reiter. Und das ist sozusagen die Bühne, die bereitet wird für diese Begegnung von Ichabod Crane mit diesem merkwürdigen Reiter, nach der er dann auch verschwindet und niemals wieder gesehen wird. Und die Leute fragen sich dann irgendwie, ja, was ist denn mit ihm passiert? Hat er nur Reißaus genommen oder ist er tatsächlich vom kopflosen Reiter entführt worden? Wie auch immer, das wird also nicht wirklich aufgelöst. Aber es hat so eine Mischung aus übernatürlichen Geschichten, Horrorphänomenen oder Spukphänomenen und einem wahren oder angeblich wahren Bericht. Und jetzt, also da sind wir immer noch natürlich im amerikanischen Kontinent verortet. Du hast gerade schon gesagt, das gilt so als die erste amerikanische Geistergeschichte der Literatur, die dann bekannt geworden ist. Also nochmal 1820 ist das Ganze erschienen. Und interessanterweise ist es aber so, dass diese Geschichte des kopflosen Reiters, so wird es heute rekonstruiert, Washington Irving tatsächlich von einer Reise nach Deutschland mitgebracht hat. Genau, vielleicht können wir, bevor wir darauf zu sprechen kommen, nochmal sagen, warum ausgerechnet in Hesse? Das ist nämlich auch ein ganz interessanter Hintergrund. Wir befinden uns also im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Also die frühen USA, also sozusagen der Kern dessen, was die Vereinigten Staaten werden, wendet sich gegen England vor allen Dingen und möchte sich also lossagen von der britischen Krone. Und die britische Krone reagiert auf diese Bemühungen, indem sie Söldner ankauft. Ich habe gerade gesagt, Bürgerkrieg ist natürlich Quatsch, das ist der Unabhängigkeitskrieg. Genau, Söldner ankauft und die meisten dieser Söldner haben sie sich besorgt aus Hessen-Kassel. Also das ist tatsächlich ein historischer Fakt, dass Leute, also Soldaten aus Hessen-Kassel im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft haben und zudem auch noch ziemlich berüchtigt gewesen sind. Die waren also wirklich weithin gefürchtet und dass Washington tatsächlich dann in der Schlacht bei Trenton diese Hessen besiegt hat, das war also schon irgendwie eine große Sache und hat sich dann vor allen Dingen hinterher so als einen Punkt herausgestellt, der so die Wende mitgebracht hat. Also ein wichtiger Meilenstein in diesem Unabhängigkeitskrieg, kann man sagen. Und vielleicht auch hier nochmal ganz kurz darauf hingewiesen, das mit dem Soldatenwerben, das wird ja oft so dargestellt, als hätten die Werber da mit ganz unlauteren Mitteln und falschen Versprechungen und vielleicht sogar illegalen Mitteln, wie Leute betrunken machen und dann einfach die Unterschrift fälschen oder irgendwie sowas gearbeitet. Es gab aber sehr, sehr strenge Regeln, was das Anwerben von Soldaten angeht und es war eigentlich eher so, dass man sich da finanziell ziemlich überboten hat. Also dass die Soldaten, die da angeworben wurden und sozusagen auch verkauft wurden als Söldner, heiß begehrt waren und auch finanziell irgendwie ziemlich umworben wurden. Es gibt in Amerika sogar eine historical society, die recherchiert haben möchte, dass es tatsächlich dann einen hessischen oder einen Soldaten aus Hessen-Kassel gegeben hat, dem tatsächlich von einer Kanonkugel der Kopf abgerissen worden ist. Das kann man mal so stehen lassen, ob das stimmt letztendlich und ob das wirklich historisch gut zu belegen ist, sei mal dahingestellt. Aber da merkt man also diese Motivik zumindest, auf die Washington Irving aufsetzt, wo die herkommt und warum es eben dann Hesse ist, der da der kopflose Reiter in seiner Geschichte ist. Aber die grundsätzliche Idee des kopflosen Reiters und da kommen wir jetzt nochmal hin, ist eine Geschichte, die er vermutlich von einer Reise durch Deutschland und zwar vom Nordrhein mitgenommen hat, denn da gibt es so die ersten Berichte, dann natürlich Irland, ich sehe wie du mich anschaust. Der Dullerhahn, genau. Es gibt natürlich noch andere Gestalten, aber Washington Irving war eben nicht in Irland unterwegs, sondern war am Nordrhein unterwegs und da gibt es eben auch Geschichten über einen kopflosen Reiter. Da kommen wir dann plötzlich dahin, dass diese Motivik eher in Europa zu verorten ist und tatsächlich auch relativ stark, zumindest mit einem Arm in Deutschland. Also der kopflose Reiter oder die verschiedenen kopflosen Reiter, die es so als Sagengestalten hier im deutschen Raum gibt, haben eigentlich auch, also sie haben gewisse Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch durchaus in den verschiedenen Sagen Unterschiede. Mal ist es so, dass die Begegnung mit dem kopflosen Reiter, also die immer nachts stattfindet natürlich, so ist das, der aus dem Nichts erscheint. Manchmal sieht man ihn auch aus einer Gruft oder einem Grab herausgaloppieren. Das ist übrigens dann eine schöne Anspielung nochmal an den Film Sleepy Hollow, weil da nämlich sozusagen das Grab des Hessen an einem Baum ist. Der Baum der Toten ist auch gleichzeitig der Eingang sozusagen in die Unterwelt, in die Hölle. Und aus diesem Baum sieht man ihn, das finde ich ziemlich gut gemacht, mit seinem schwarzen Ross herausgaloppieren, das sich dann so irgendwie zwischen den Wurzeln durchzwängt. Fand ich damals, als ich den so zum ersten Mal gesehen habe, sehr, sehr spooky und ist eigentlich ein sehr interessantes Motiv. Also das haben wir auch in dem Film Sleepy Hollow, da hat sich Tim Burton ein bisschen inspirieren lassen eventuell und jetzt muss man unterscheiden, der kopflose Reiter ist im Gegensatz zu vielen anderen Spukgestalten, über die wir hier teilweise bei Huxilla auch schon gesprochen haben, also die weiße Frau zum Beispiel, kein Geist. Er ist richtig greifbar, spürbar. Er manifestiert sich in Materie sozusagen. Genau, genau und damit ist er im Prinzip nicht ein Spukphänomen, also ein körperloser Geist, sondern ein Wiedergänger, ein Leichnam, der aus dem Grab aufersteht. Wir haben ja auch schon öfter mal über die Vorläufer der Vampire gesprochen, also die Leichname, die einfach nicht ihre Grabesruhe einhalten, sondern einfach aus dem Grab wieder auferstehen oder im Grab dafür sorgen, dass die Lebenden auch versterben, dass sie also sozusagen ihre Lieben nach sich ziehen in den Tod, also die sogenannten Nachzehrer und auch der, der kopflose Reiter oder die kopflosen Reiter sind eigentlich eher in diesen Bereich einzuordnen. Und jetzt ist es so, wenn man den kopflosen Reitern begegnet, ist es eigentlich nicht so wie im Film, dass sie also umherziehen und die Leute köpfen aus den verschiedensten Gründen oder sich eben aus dem Grab heraus rächen wollen, sondern sie sind eigentlich mehr so eine Mahnung, manchmal auch ein Omen, dass etwas Schlimmes passiert und wer ihn sieht, der sollte tunlichst dafür sorgen, ihn nicht zu berühren, denn diese Berührung ist wirklich schwierig, denn da kommt sozusagen die Kraft des Wiedergängers zum Tragen, wenn man nämlich als Lebender diesen Wiedergänger berührt, dann verfällt man selber auch körperlich und muss dann schließlich sterben. Also da haben wir dieses Wiedergängermotiv eines Untoten, der aus dem Grab aufersteht und die Lebenden schädigt, ganz stark vertreten beim kopflosen Reiter. Interessanterweise gibt es dann aber auch eine ganze Reihe von Geschichten über diesen kopflosen Reiter, wie man ihn sozusagen abwenden kann oder sogar erlösen kann. Genau, es gibt vielleicht noch kurz zu dieser Wiedergängergeschichte eine Version in den Bremer Sagen von Polkert, ganz wichtiger Erzählforscher, Volkskundler, der auch ganz viele Sagen gesammelt hat, wo ein paar Jungs irgendwie so einen Geisterzug, übrigens nicht Geisterzug, sondern einen Leichenzug sehen. Leichenzug selber ist auch ein ganz interessantes Motiv in den Totensagen, also all das, worüber wir hier reden, das sind eher Totensagen. Also die sehen halt so einen Leichenzug und da ist halt auch so ein kopfloser Reiter und der gibt halt irgendwie einem dieser Jungs eine Ohrfeige, also auch ziemlich handfest und daraufhin muss dann eben dieser Mensch auch sterben oder wird krank oder wie auch immer und da haben wir eben dieses Motiv auch. Aber, genau wie du es angedeutet hast, kopflose Reiter kann man besiegen, indem man für sie betet oder überhaupt ein Gebet spricht, wenn man sie sieht und sie eben nicht berührt. Genau, einige Überlieferungen, sage ich mal, sprechen ja sogar davon, dass man ihn mit einem Grüß Gott ansprechen kann und allein das würde schon reichen. Da gibt es dann verschiedene Geschichten. Die eine Geschichten berichten dann, dass der aus dem schwarzen, kopflosen Reiter plötzlich ein weißgewandeter Reiter wird, also quasi das Leichenhemd kann er plötzlich tragen und wird dann erlöst und darf dann in das Nachleben übergehen. Er will sich dann häufig auch dafür bedanken und da wird einem dann der Tipp gegeben, wenn er einem die Hand geben will, selbst wenn er schon das weiße Leichentuch trägt, dann darf man ihm nicht die Hand geben, sondern im Idealfall nimmt man einen Stock vom Boden und schüttelt ihn mit dem Stock die Hand und man würde dann erleben, wie dieser Stock, dieser Ast dann vor den eigenen Augen verwelkt und vergeht und zerbröselt und das würde sonst auch mit einem selber passieren, denn die Berührung mit diesem Untergrund zieht die Lebensenergie aus einem heraus, so wird es dann immer beschrieben. Das ist sehr, sehr interessant eben, und da merken wir dann schon, wie so eine Geschichte dann zunehmend durch die Christianisierung dann diesen Überabbau bekommt, durch eben ein Gebet oder Grüß Gott in Anschluss sprechen, in einem Atemzug mit dem Gott zusammen, das würde ihn erlösen. Das ist schon ganz interessant. So dieses Phänomen, dass es ganz bestimmte Verhaltensweisen gibt, wie man mit einem Wiedergänger verfahren soll oder mit einem Geist verfahren soll, gibt es sonst in den Sagen nicht ganz so häufig auch, aber nicht ganz so häufig, wo mir das aber ganz stark aufgefallen ist, als wir damals die japanischen Sagen und Geistergestalten besprochen haben, weil es da ganz oft so ist, wenn man so einem Geist begegnet, dann ist das also sehr, sehr ritualisiert. Man muss erst mal erkennen, was man da gerade vor sich hat und dann gibt es halt ganz bestimmte Verhaltensweisen, mit denen man diesen Geist bannen kann, ohne ihm zum Opfer zu fallen. Das ist eigentlich ganz spannend, dass wir hier eben auch so eine ganz genaue Anleitung haben, wie zu verfahren ist, wenn man in so eine Situation kommt. Es gibt dann, und das ist dann wiederum, warum wir sagen Rheinland, einige ganze handfeste Beschreibungen dafür, wie diese kopflosen Reiter entstehen. Es ist nämlich nicht so, dass es so eine Figur ist, so wie der Teufel oder so, sondern kopflose Reiter sind eben Wiedergänger, das hast du gerade schon gesagt, die aber aus bestimmten Gründen wiederkommen. Da gibt es so ein paar Variationen, warum es denn Menschen sind, die wiederkommen, weil sie für eine ganz bestimmte Sünde büßen müssen. Deswegen müssen sie als kopfloser Reiter zurückkommen. Dazu gehören natürlich Selbstmörder. Das war natürlich früher nicht akzeptabel. Das war eine Sünde der Selbstmord und da musste man dann büßen. Und da war es ja so, dass Selbstmörder bis in das 17. Jahrhundert hinein nach ihrem Tod noch von einem Henker geköpft worden sind und an einer Wegkreuzung oder einer anderen ungeweihten Stelle begraben worden sind. Die durften ja nicht christlich bestattet werden. Und dann gab es dann noch dazu die Idee, dass sie gefehlt wurden tatsächlich. Da sind wir dann auch wieder ganz stark im Bereich der Wiedergängerbehandlungsmaßnahmen. Also eben diese Phänomene, dass Menschen, die sich versündigen, also die ein schlechtes Leben führen, die aus irgendwelchen äußerlichen Anzeichen sozusagen schon mal sich verdächtig machen, eventuell Hexer zu sein oder Hexen zu sein, dass eben solche Leute auch besonders gerne als Wiedergänger ihr Grab verlassen. Das haben wir ja damals schon bei den Untoten oder bei den gefährlichen Toten erwähnt. Und da gibt es eben auch ganz verschiedene Weisen, wie man eben verhindern kann, dass es überhaupt dazu kommt. Also das Köpfen ist auf jeden Fall da ganz oben vorne mit dabei. Dann kannst du natürlich auch einen Leichnam im Grab mit Steinen beschweren. Du kannst das nachzehren, also das Kauen am Totenhemd verhindern, indem du ihn irgendwie mit Steinen im Mund versiehst. Oder es gibt halt auch irgendwie noch so ein paar Sachen, die ja vielleicht heute eher so merkwürdig anmuten, also ihm irgendwie Dinge mit ins Grab geben, die der Tote zählen muss, damit er sozusagen beschäftigt ist, also zwanghaft immer wieder durchzählen muss, damit er sich auf nichts anderes konzentrieren kann. Also in diesem Bereich befinden wir uns da. Das sind so Rituale, die eben bewirken sollen, dass man gar nicht erst in Gefahr kommt, von so einem Wiedergänger besucht zu werden. Und dann gibt es eben neben den Selbstmordern, die wir gerade beschrieben haben, dann noch eine zweite Herleitung, eine sehr, sehr seltene Strafe, die durchgeführt wurde, aber die zumindest in den Gesetzesbüchern mal drin stand und wahrscheinlich sich überliefert hat, ob sie überhaupt jemand schon gefunden hat, da hingestellt. Da befinden wir uns auch schon so ein bisschen. Aber es geht eben darum, dass Grenzsteinversetzer, also das war ja auch ein ganz böses Verbrechen in der damaligen Zeit, die äußerste Strafe. Ich wollte auch nicht so treu. Ja. Das stimmt, aber die heutige, also die Strafe damals, damalige Maximalstrafe war, dass derjenige, dessen Land dadurch geschadet wurde, den Grenzsteinversetzer eingraben durfte bis zum Hals, also dass der Kopf noch rausguckte an der Stelle, wo der Grenzstein versetzt wurde und dann so oft mit dem Flug über diesen Kopf gefahren wurde, bis der Kopf nicht mehr vorhanden war. Also da steckt natürlich eine Motivik dahinter, die so eine Art, ja, analoge Gerechtigkeit auch wieder spiegelt. Das ist so ungefähr, wie man einem Dieb die Hand abhackt. Ja. Denn der Mensch, also der Straftäter, der Verbrecher wird hier in diesem Fall sozusagen eingegraben, wie man den Grenzstein auch eingraben würde. Also teilweise ist es sehr bodenbündig, aber teilweise gerade bei den größeren Grenzen ragen die Grenzsteine, damit man sie besser erkennen kann, eben auch nach oben. Und der Kopf des Übeltäters wird also hiermit im Prinzip zum Grenzstein selbst und dann darf also der Geschädigte da irgendwie mit dem Flug drüber rasseln. Ist natürlich wie ziemlich grausam, aber so als Motiv ganz interessant hinter dieser Geschichte und soll an dieser Stelle deswegen nicht unerwähnt bleiben. Das ist natürlich irgendwie so ein Teil dieser Sage, der auch Verbindungen zu anderen Sagen gestalten schafft. Ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber hier an dieser Stelle sei es vielleicht doch einmal kurz erwähnt, denn auch das Totenheer, was bei der wilden Jagd zum Tragen kommt, besteht aus Männern, Frauen und Kindern, die irgendwie entweder zu früh zu Tode gekommen sind oder ja irgendwie kein gutes Leben geführt haben. Also kurzum Menschen, die nicht sozusagen nach den Regeln der Gesellschaft gelebt haben und gestorben sind, wenn man es mal so formulieren möchte. Das heißt also diese soziale Komponente, dieses aus der Gesellschaft herausfallen, entweder durch eigenes Zutun oder durch unglückliche Umstände haben wir ganz oft bei Totensagen und überhaupt im Sagenbereich, also diese gesellschaftliche, soziale Konformität oder Non-Konformität haben wir bei den Hexen, haben wir in den Totensagen, haben wir bei Spukphänomenen und das ist ein ganz, ganz zentrales Motiv, dass sich eben auch sozusagen in den Sagen eben die Regeln der Gesellschaft sehr, sehr stark widerspiegeln. Über die Raunechte und die wilde Jagd kann man eventuell vielleicht nochmal eine eigene Huxeler-Folge machen, das wird glaube ich nochmal tragen. Wir haben schon gesagt, in Irland eben soll es auch einen kopflosen Reiter oder kopflose Reiter, Plural, gegeben haben. Doerhann, wenn ich es richtig ausspreche. Genau, der den Kopf unter dem Arm trägt, der ihn sozusagen mit dabei hat. Genau und da sind es dann häufiger Soldaten tatsächlich, die gefallen sind und da ist auch die Interaktion zwischen dem kopflosen Reiter und Menschen nicht so dezidiert beschrieben, wie das jetzt bei der deutschen Sage ist, sondern da gilt der Doerhann eher so als Todesomen. Das heißt, wer den kopflosen Reiter sieht, muss entweder selber sterben oder hat einen Todesfall in der Familie vor sich. Das ist eher die Geschichte aus Irland. Und insofern passt so eher so die deutsche Sage mehr noch in die Inspiration von Washington Irving als der irische kopflose Reiter. Aber insgesamt durchaus ein Muster und wenn man da weiterhin schaut, gibt es natürlich auch andere europäische Länder, die kopflose Reiter haben häufig eben irgendwas mit Sagenmotive wandern ja auch. Also man kann natürlich von deutschen Sagen sprechen, aber es ist natürlich auch immer eine gewisse Fluktuation und klar, gerade bei mündlicher Überlieferung reisen Sagenmotive auch gerne mal durch die Gegend. Der kulturelle Wandel, nicht wahr? Ja, genau. Es gibt nicht die deutsche Kultur, genau. Nicht die deutsche Kultur und eigentlich die deutsche Sage, sondern alles ist natürlich einem ständigen Wandel unterzogen. Genau, Kultur ist keine Konstante. Aber das Büßer-Motiv, das bedrohliche Omen, das findet man überall im kopflosen Reiter und es ist schon auch interessant, wie etwas, was in der heutigen Zeit, glaube ich, weniger relevant ist, könnte ich mir vorstellen, als es das damals gewesen ist, liegt vielleicht auch einfach daran, dass es damals mehr Reiter gegeben hat als heute. Es gibt ja heute eher noch so diese modernen Sagen von Motorradfahrern, die dann auf der Autobahn geköpft werden aus irgendwelchen Gründen, wo das Motorrad dann noch weiterfährt. Das gibt es ja immer mal wieder. Auch hier gibt es keinen belegten Fall dafür. Wir können so eine Zeitungsmeldung... Vor einiger Zeit wollte mir jemand weismachen, dass ein Unfall, also wo quasi Metallplatten von einem Laster gerutscht sind, ein Motorradfahrer geköpft haben. Der Kopf lag dann auf der Metallplatte, die so halb heruntergerutscht war vom Lastwagen. Das Motorrad ist noch ein paar hundert Meter weiter gefahren. Der Autofahrer, der das beobachtet hat, hat fast einen Herzkaschball gekriegt und ist in den Graben gefahren. Also jemand wollte mir halt wirklich verklickern, dass es genau so mal passiert ist. Das ist eine moderne Sagen, die sehr, sehr verbreitet ist und es gibt diese Sagen, wie viele moderne motorisierte Sagen auch schon mit Pferdefuhrwerken. Also auch das hat eine etwas längere Tradition, das Ganze. Aber es ist natürlich nicht wirklich mit dem kopflosen Reiter, dem Wiedergänger zu vergleichen. Aber es ist zumindest irgendwie so ein ähnliches Motiv. Also von kopflosen Gestalten erzählen wir scheinbar auch heute gerne noch. Ganz interessant, ja. Und auch damals war übrigens schon der Kopf so der Sitz der Seele ein Stück weit. Also wenn das dann fehlte, dann war der Körper auch nicht voll in der Lage, ins Nachleben überzugehen. Also das war auch etwas, was durchaus auch im christlichen Glauben gab. Insofern war dieser kopflose Reiter tatsächlich so etwas wie ein Wesen zwischen den Welten eventuell, wenn man das so sieht. Und wenn man sich jetzt heute mal vorstellt, man lebt in einer Zeit, die, und jetzt will ich nicht das dunkle Mittelalter ja auch beschwören, aber wenn man halt früher, sagen wir mal so zu Beginn des 18. Jahrhunderts, nee 19. Jahrhunderts, Entschuldigung, nachts unterwegs war, da gab es halt noch nicht so die Lichtumweltverschmutzung, die wir hier haben, sondern da war es dann halt auch dunkel. Und wenn dann mal ein Reiter vorbeigeritten ist und man sich nicht ganz so wohl fühlte in einer etwas abergläubigen Zeit, als sie heute ist und der hatte vielleicht den Kragen hochgestellt oder so. Also ich meine, man kann sich da schon einiges vorstellen, wie diese Geschichten immer mal wieder auch ans Laufen gekommen sind. Ja, schon spannend. Ich habe jetzt gerade so im Kopf das Bild von diesen tatsächlich ja im frühen 19. Jahrhundert modischen Mänteln, die wirklich diese super hohen Krägen haben. Also wenn du da mal nicht genau hinguckst und derjenige hat vielleicht nicht so einen riesigen Kopf oder so, dann kann man vielleicht denken, dass der Reiter keinen Kopf hat. Und Menschen haben auch schon immer Schabernack gemacht. Also wenn so eine Sage natürlich da war, kann es natürlich auch durchaus sein, dass jemand mal Schabernack seinen Mantel extrem hochgezogen hat und einmal durchs Dorf gerissen ist. Auch sowas ist durchaus denkbar. Übrigens, da wären wir auch wieder bei Sleepy Hollow von Washington Irving. Da geht es nämlich auch teilweise um Pranks, also um Streiche und Schabernack. Und auch sehr, sehr abgefahren, hört es euch vielleicht wirklich mal an, eine Raudi-Gang, wenn man es so nennen kann, die in einem Dorf ihr Unwesen treibt. Auch das ist ja ein Phänomen, was man dann irgendwie später sehr, sehr oft hat in den Filmen und in Büchern. Also Jugendliche, die irgendwie wirklich nur Quatsch machen, vielleicht auch, weil ihnen langweilig ist in so einer dörflichen Gemeinschaft, kommt auch bei Washington Irving vor. Ja, dann haben wir, glaube ich, den Bogen von dem Film aus dem Jahr 1999 von Tim Burton über die Romanvorlage von Washington Irving hin zum kopflosen Reiter aus dem Rheinland geschlagen, ein paar Randnotizen dazu gemacht. Und ihr habt so eine ungefähre Vorstellung, wie es denn überhaupt zu dieser Sagengestalt letztendlich gekommen ist. Und man kann nur sagen, seid vorsichtig, wenn euch ein kopfloser Reiter begegnet. Auch bei kopflosen Autofahrern würde ich, glaube ich, und kopflos eventuell auch im übertragenen Sinne. Genau, wenn ich beten will, kann ich einfach Grüß Gott sagen und dann bloß nicht anfassen lassen. Das kann man, glaube ich, mal festhalten, wenn es hier um die Sagengestalt des kopflosen Reiters geht. Und ja, wir kommen aus einer sehr abergläubischen Zeit, die sich sehr, sehr wandelt. Und so einer dieser Aberglauben war offensichtlich die Möglichkeit, dass einem der kopflose Reiter begegnen konnte. Alexa, jetzt müsstest du uns nochmal erklären, was es jetzt mit Rudolfine, dem rotnasigen Reintier auf sich hat. Ja, müsste es statt Rudolf the red-nosed Reindeer eigentlich Rudolfine, die rotnasige Reintierin heißen, ja oder nein. Und diese Geschichte stimmt tatsächlich. Es ist wirklich so, wie ich es am Anfang beschrieben habe, die Rehntiere mit Geweih im Winter, also zur Weihnachtszeit, die den Schlitten von Santa Claus ziehen, müssen weiblich sein. Und gerade das Geweih ist der Beleg dafür, dass es sich genauso verhält. Bei den Rehntieren haben sowohl weibliche als auch männliche Tiere Geweih. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wann haben sie denn keinen Geweih. Also die stoßen ja auch ihre Geweih ab. Aber gerade im Winter brauchen die Weibchen ihr Geweih, um nämlich Futterstellen gegenüber anderen Weibchen zu verteidigen und Nahrung für sich und ihre Kleinen zu sichern. Und die männlichen Tiere, die werfen nämlich im Herbst oder im Frühwinter ihre Geweih ab. Die weiblichen im Frühling oder manchmal sogar erst im Sommer. Das heißt also, Rehntiere, da haben die Weibchen im Frühjahr oder im Sommer keine Geweih. Und bei den männlichen Tieren ist es so, dass sie im Winter keine Geweih haben. Also sind die mit Geweih dargestellten Rehntiere, die den Schlitten von Santa Claus ziehen, weiblich. So. So und nicht anders. Verrückt. Ja. Das hat auch, glaube ich, keiner berücksichtigt. Und da sieht man mal wieder, wenn dann irgendwelche Geschichtenerzähler anfangen, Motive zu nutzen, tritt die Biologie manchmal auch in den Hintergrund. Ja, damit sind wir am Ende des Hoxilla-Jahres 2019. Wir haben uns schon über das Jahr natürlich maßlos bedankt und es wird uns schon langsam vorgeworfen, dass wir das viel zu viel machen würden. Ich finde, man kann nicht genug Danke sagen. Danke euch da draußen. Genau. Zum Jahresende darf man das nochmal sagen. Und all diejenigen, die nach wie vor sich entschließen, uns mit einem kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto zu unterstützen, das ist unglaublich hilfreich. Jetzt auch gerade zu Weihnachten nochmal bei unseren Amazon-Affiliate-Link die Weihnachtsgeschenke bei Amazon zu kaufen. Wer das tut, über Amazon zu kaufen, auch das ist sehr, sehr hilfreich, weil wir da immer ein paar Prozent bekommen, ohne dass ihr dafür mehr bezahlen müsst. Also all das habt ihr getan. Dafür möchten wir uns bedanken. Auch Sachen, die für uns von unserer Wishlist zum Geburtstag und zum Weihnachten geschenkt worden sind. Ganz, ganz großartig. Jetzt fehlt wieder die Zeit, das alles zu gucken, was ihr uns geschenkt habt, weil die meisten Teile ja DVDs und Blu-rays sind. Und darüber freuen wir uns halt auch total. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Wir haben für das Jahr 2020 ganz viele Pläne. Wir haben ganz viele Gespräche, die wir führen, wieder für Kollaborationen, für Gäste in den Sendungen. Wir selber haben ganz, ganz viele Ideen. Und was hier noch kommen wird, und das haben wir schon angedeutet, ist dann das Fragen-Special, sozusagen außer der Reihe. Das werden wir jetzt auch innerhalb der nächsten Tage nochmal aufnehmen, wo wir die vielen, vielen Fragen, die ihr uns gestellt habt, versuchen zu beantworten. Das sind im Moment über 40 Fragen. Das wird, glaube ich, eine relativ lange Sendung. Da werden wir uns eine schöne Kanne Tee kochen, uns hier hinsetzen. Oder auch zwei oder drei. Um eure Fragen zu beantworten. Und wer jetzt panisch wird und sagt, ah, ich wollte die auch noch was fragen, das werden wir immer mal wieder machen. Insofern, wer Fragen an uns hat, kann uns die gerne per E-Mail auch schicken oder auf den sozialen Medien zuwerfen. Aber vielleicht sind eure Fragen ja auch schon dabei. Genau, deswegen vielleicht jetzt erstmal das erste Fragen-Special abwarten. Gucken, ob eure Frage, die euch auf den Nägeln brennt, nicht beantwortet worden ist. Und dann könnt ihr sie uns ja schicken. Und wir hören uns dann natürlich im Januar wieder mit zwei, in Anführungsstrichen, normalen Folgen von Huxilla. Und da freuen wir uns drauf und wünschen euch jetzt allen den guten Rutsch. Spare ich mir mal, weil es wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Leute heute hören, aber euch allen ein gesundes, erfolgreiches, stressfreies und vielleicht wenn es geht auch ärgerfreies Jahr 2020. Und wir freuen uns sehr mit euch gemeinsam in das zehnte Jahr von Huxilla dann zu gehen. Das ist schon wirklich unglaublich. Und das liegt sicherlich auch in großen Teilen an euch und eurer Unterstützung. Insofern vielen, vielen Dank an euch. Alles Gute und natürlich immer schön skriptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.